halli hallo hallüchen meine lieben freude und damit ein ganz recht herzliches willkommen zu einem neuen video auf dem kanal des laser king wir spielen heute stumblegeist und wir öffnen das ganze einmal in stumblegeist angekommen gehen wir erst mal in die gruppe und dann bekommen wir einen raumcode können eigentlich noch ein glücksdreh machen 5 tokens das ist doch mal was schönes wir haben hier heute übrigens den ruben dabei also vom kanal vom kanal wenn schon oben und der spiel mit uns da warten wir jetzt noch kurz wir könnten ich auch schon eine kleine runde spielen los geht's was wird es wird es wird so süß und los geht's weiter 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 das war sehr schlau natürlich wieder so darunter und weiter geht's direkt mal abgestürzt so dann haben wir es aber auch mal geschafft weiter geht's schnell da muss geschafft oder fliegen viele runter 16 verbleibend was wird es als nächstes vielleicht die neue karte schon das ist die neue karte klopfen oder schwebt man ja voll oh oh we 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 weiter geht's und dann geht es hier drüber das war nicht gut doch hier und dann hier das kann es doch jetzt echt mehr sein und dann geht es hier weiter schaffen klappt nicht mehr und damals doch geschafft es war knapp vor dem einen soweit geht es 18 bleiben noch das nächste es wird noch